Ich nenne einfach mal ungespielt oder Dehner, denn die haben jetzt ja auch in einer, sagen sie ja selber, in einer mordsmäßigen Geschwindigkeit, haben die sich ja eine Community zusammengebaut und jetzt klingelt mein Telefon schon wieder. Ich habe allgemein nichts, irgendwie so eine bestimmte Richtung oder so. Hier halt ist sowas, was aktuell im Radio kommt, alles Mögliche. Okay, alles Mögliche stimmt natürlich auch nicht, weil das wäre dann wirklich alles Mögliche. Sondern halt. Wow. Also, ich kann nur mal sagen, ich komme hier aus, ne, von Stuttgart und ich höre auch immer Energy. Falls ihr das kennt, ist ja, ich glaube, in deutschlandweit gibt es das in verschiedenen Städten. Soweit ich weiß, ich kann es euch nicht sagen, weil ich weiß es nicht. Ich behaupte das jetzt einfach mal. So, das fügen wir hier alles mal ein. Der Knochen, der war hier. Das tue ich einfach mal da rein. Das war da. Das war da. Das war da. Das war nicht da. Das war auch nicht da. Das da? Ne, auch nicht. Das da vielleicht. Redstone. Das tue ich da mal raus, weil das ist, ich glaube, hier drin. Oder auch nicht. Das war da. Das war da. Das war. Da kann man noch. Und... ich muss schon voll Schneebälle brauche ich nicht so Bumsfaller, wo ist das jetzt hin? Oh, haha sehe ich gleich schon mal einen Zinnerz und da war gerade Eisen das ist ja nicht Aluminium jawohl also langsam findet man sich auch einen da schon Diamant auch nicht schlecht es sind mehrere Diamanten noch besser ich denke einfach ich sage jetzt einfach zu mir dass Diamanten doch wichtig sind weil ich glaube die braucht man nicht halt so zu einer Richtung es gibt glaube drei, vier, fünf bessere Rüstung wie Diamant da ist es halt wie gesagt nicht so wichtig aber ich muss jetzt hier irgendwie wieder hochkommen aber wir werden, oder ich werde auf jeden Fall auch Diamanten fahren das ist natürlich keine Frage das ist natürlich keine Frage ah, hallo ich möchte hier, ah jetzt hier geht's noch weiter aber da hätte ich jetzt gerne mal das Wasser hier weg aber das nervt ja so so oh da schläft mir mein Arm ein oh krass noch mehr Eisen ähm achso ja wir waren ja gerade beim Gesprächsthema Musik und äh falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so könnt ihr die ja auch äh unten in den Kommentaren posten oder natürlich uns auch eine PN schicken auf askfm sind wir leider nicht vielleicht werden wir da noch äh auch uns anmelden aber sind wir bisher noch nicht für alle die sich schon mal gefragt haben ähm vielleicht kommt ja noch was wir sind ja wirklich Na ja ok das hat jetzt nichts gebracht also ich würd sagen wir sind wirklich sehr flexibel ach was so die Netzwerke angeht h auch da kommen wir aber leider nicht dazu Oder besser gesagt überlegen wir uns halt die ganze Zeit in in Twitter rein zu gehen Vielleicht machen wir auch noch ne Umfrage dazu ob wir vielleicht in Twitter gehen sollten weil ne Facebooksseite haben wir ja ist ja alles unten in der Beschreibung immer ah ich sehe hier jetzt nicht so, ich habe hier irgendwelche Rohstoffe, Schind, aber ich glaube, der Zweig hier, der ist, der ist fertig, so, was ist ja, ähm, was ist meine Spitzheit, der ist kaputt gegangen, ähm, ich lese hier gerade meine Fragen, was ich mir alles aufgeschrieben habe, oder was ich gesagt habe, über die Themen, ähm, und zwar möchte ich mal so ein bisschen über, ja, ich möchte mal ein bisschen über YouTube reden, und, ähm, so die, diese, vielleicht auch so ein bisschen über die Let's Player, also, ich sage jetzt mal nicht Gronkh oder Peatsmeet oder sowas, sondern, so ein bisschen kleiner, aber halt dann doch schon bekannt, ich, ich nenne einfach mal, ähm, ungespielt, oder Dehner, denn, die haben jetzt ja auch in einer, sagen sie ja selber, in einer, äh, modsmäßigen Geschwindigkeit, haben die sich ja eine Community zusammengebaut, und jetzt klingelt mein Telefon schon wieder, äh, ich kann da jetzt nicht hingehen, oder vielleicht doch, äh, ich mache hier einen kleinen Cut, bis gleich, ja, gut, bin ich wieder zurück, nach diesem Cut hier, und ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar andere Themen aufgeschrieben, in der in der Zwischenzeit, ich gucke hier einfach mal, aha, genau nach dem wollte ich gucken, ob es noch irgendwo Zinox, äh, Zinoxid, Zin-Ads gibt, und ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit nämlich auch, äh, ein paar Themen, äh, ausgeschrieben, aber wir werden, oder ich werde natürlich vielleicht mal das YouTube beenden, und zwar wollte ich einfach mal, wie schon gesagt, nicht über die großen Let's Player reden, also Gronkh, oder was weiß ich, wer, Peatsmeet, sondern mal so über die etwas Kleineren, die halt jetzt auch in der, in den letzten paar, äh, es ist knapp ein, in, ja, schätze ich jetzt mal, wo dann auch riesig rausgekommen sind, ich, ich sage einfach mal, ungespielt, oder dener, ich glaube, na, vor dem Cut auch schon gesagt, aber die, die haben sich ja da eine Riesen-Community jetzt zusammen aufgebaut, und, und das auch noch in der Zeit, das ist echt, ähm, ja, klar, spitzenmäßig, und, äh, ein Satz, ähm, zitiere ich da auch immer gern, und zwar, YouTube, du kannst so schnell, wenn dich jemand, oder wenn dich die Leute finden in YouTube, kannst du so schnell berühmt werden, das ist einfach nur krass, aber, ähm, dazu müssen die dich halt erst mal finden, und, ähm, es, es ist, glaube ich, die haben es mal, glaube ich, aufgeschrieben, das ist eine Chance, dass die, ähm, oder dass du halt berühmt wirst mit YouTube, liegt, glaube ich, derzeit die Chance bei, 1 zu 20 Millionen, frag mich nicht, vor allem jetzt auch in der, vor allem in der Let's-Play-Szene, sag ich mal, wird ja die Chance immer größer, denn da eröffnet ja wirklich, fast jeden Tag, ein neuer Kanal, oder, äh, wie viele Let's-Play-Szene hochgeladen werden, da brauchen wir überhaupt denn nicht drüber reden, YouTube ist einfach die letzten, YouTube wurde ja, glaube ich, 2000, oh Gott, wie alt ist ein YouTube, ich glaube 2006, 2007 wurde ja YouTube eröffnet, frag mich nicht, ich weiß es nicht, und, ähm, ja, seitdem ist es einfach riesig geworden, ich musste mir gerade was überlegen, ihr wollt einfach, es ist einfach so unglaublich geworden, was aus YouTube geworden ist, die letzten sieben Jahre, also,